2008 ist er schon bei uns gewesen, also ich glaube, was ich mich erinnern kann, war zwischen 2007 und 2008, über den Jahreswechsel, ist der Kontakt dann entstanden, indem er sich einfach bei uns gemeldet hat. Wir haben das gar nicht am Anfang ernst genommen, weil es ja, wenn du einen Anruf kriegst, jetzt nicht wirklich davor ausgehst, dass das jetzt wirklich ernst ist, sondern man sich dachte, da erlaubt sich jemandem Spaß. Es hat ja nicht er selber gleich angerufen, sondern das Management von ihm, das wir ja dann auch kennengelernt haben dann über die Zeit und wir das eigentlich nicht ernst genommen haben, bis sich er mal wirklich persönlich bei uns gemeldet gehabt hat. Und wir dann er selber angerufen hat und gesagt, ja, ich bin jetzt wirklich der Michael und hat uns das erklärt, was er vorhat und würde gerne bei uns da einsteigen und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir einfach einmal einen Test.